Herzlich willkommen zum heutigen Online-Gottesdienst. Seja bem-vindo ao nosso Kulto Online. So schön bist du dabei. É tão bom que você esteja assistindo. Fernando, lass dich umarmen. Pastor Lucas, oi. Ah nein, geht nicht. Social distancing. Não dá, estamos respeitando a distância social. Hey, aber wir freuen uns auf eine wunderbare Predigt heute. Nos alegramos tanto dessa pregação maravilhosa de hoje. Wir werden heute die Serie Love God, Love People abschliessen. Hoje terminaremos com a série Love God, Love People. Und es ist so schön zu sehen, wie in dieser Serie, wie Gott so einen Rahmen spannt, dass dein Volk in Freiheit leben kann. Foi tão bom e tão maravilhoso ver como Deus mostra que o seu povo pode viver em liberdade. Wir freuen uns heute auf eine Predigt von einem guten Freund von uns. Hoje nos alegramos muito de escutar a pregação de um grande amigo nosso. Herzlich willkommen, Patrick Noser. Seja bem-vindo, Patrick Noser. Lieber Silvan, schön, dass ich hier sein darf bei euch. Queridos hermanos de Silvan, que lindo que puedo estar con ustedes. Ganz besonders bei den Latinos. Especialmente con los Latinos. Ich liebe euer Feuer, eure Leidenschaft. Amo vuestro fuego, vuestra Pasión. Und es ist ein Geschenk mit euch zusammen, Gott zu feiern. Wie es Luca schon gesagt hat, sind wir in einem speziellen Thema drin. Und ich werde den Abschluss machen. Wir haben so das Schlüsselgebot heute. Der erste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen oder liebe deinen Gott und keiner soll dazwischen kommen. Und im heutigen Text geht es darum, dass ich nicht neidisch sein soll oder etwas anderes begehren oder etwas anderes dazwischenstellen zwischen mir und Gott. Und das ist so wie die Mitte vom Wort Gottes. Und das ist so wie die Mitte vom Wort Gottes. Gott sollte das Wichtigste sein. Und das ist nur möglich, wenn er der Mittelpunkt von unserem Leben ist. Und wenn er der Mittelpunkt von unserem Leben ist, dann sollen wir den Nächsten lieben. Und für mich sind die zehn Gebote wie so zehn Werte die mir helfen, das Leben angenehm zu machen für den Nächsten. Ich bin für meine Familie am ausstehendsten. Wenn Gott in der Mitte ist, wenn ich ihn liebe, wenn ich ihn ehre. Und das ist auch das Schöne, wenn wir diese Gebote aus dieser Leidenschaft und aus dieser Liebe Gottes heraus tun, dann ist Gott unsere Quelle. Und wenn ich heute am Anfang war, der Neid zu euch spreche. Und wenn ich heute am Anfang war, der Neid zu euch spreche. Dann wissen wir, Neid ist etwas, was zu unserem Alltag gehört. Wir sind neidisch, weil unser Nachbar ein besseres Auto hat, oder ein Whirlpool, oder eine Sauna. Aber wir sind auch neidisch, wenn jemand anderes vielleicht besser hat als ich momentan in der jetzigen Lebenssituation. Und in der heutigen Zeit sind wir ja ein bisschen eifersüchtig, wenn es dem anderen nur ein kleines bisschen besser geht als mir. So habe ich schon das Gefühl, ich muss in einen Konkurrenzkampf hineingehen. Und ich muss die Menschen beeindrucken, die ich eigentlich gar nicht so gerne habe. Ich trümpfe mit meinen Kindern auf. Ich trümpfe, oder ich tue meine Kinder, ich stelle meine Kinder so in die Mitte. Ich expongo a mis hijos in el centro. Dass sie die beste Ausbildung haben. Para que tengan la mejor educación. Dass sie irgendwelche Schulen machen. Para que hagan una buena escuela. Und diese Schule mit der zeige ich, wow, meine Kinder können etwas. Und einerseits überfordere ich auch meine Kinder. Aber auf der anderen Seite, ich stelle mich auch unter Druck. Weil sie vielleicht gar nicht so gut sind, wie ich es denke. Weil sie nicht so gut sind, wie ich es denke. Aber das Problem ist, ich will ja von den anderen gut dastehen. Aber ich möchte dir heute Abend etwas sagen. Und heute möchte ich dir etwas sagen. Gott sieht in uns das Gold. Gott sieht in uns die Gaben und Talente, die er in unser Leben hineingesetzt hat. Und unsere Aufgabe und unseren Plan besteht darin, dass wir den Nächsten lieben und achten. Und mit den Geschenken, die Gott uns gegeben hat, Und mit diesen Regeln, die Gott uns gegeben hat, wollen wir nicht angeben, sondern wollen wir sie segnen. Sondern wollen wir sie segnen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir wollen ein Segen sein, gerade auch in der heutigen Zeit. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist unser Deber. Und wir wollen ein Segen sein, gerade auch in der heutigen Zeit. Und es wird so schwierig, ein Segen zu sein, wenn wir andere beneiden. Weil in diesem Segen drin, wo wir haben von Gott bekommen, ist eine Großzügigkeit von ihm drin versteckt. Weil in dieser Bendition, die wir haben recibido, gibt es eine Generosität, die wir haben von Gott. Und wo er uns auffordert, wir sollen großzügig sein. Und wo er uns auch für uns, dass wir generos sind. Wir sollen den nächsten lieben und das beste geben. Tenemos que amar a nuestro prójimo y darle lo mejor. Und am Anfang war der Neid. Und al principio, era la envidia. Und Neid ist genau das erste Punkt, ist ein Beziehungskiller. Und die Envidia ist wirklich ein Asesino der Relationen. Das Wort Gottes sagt in 2. Mose 20.17, La Palabra de Dios dice in Éxodo 2.17, Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren und sollst sie nicht das Haus deines Nächsten verlangen oder gelüsten lassen. Dice, No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo. Das Wort Gottes gibt uns, Hur, hier eine Aufgabe. La Palabra de Dios nos da una tarea. Wir sollen nicht begehren das Nächste, vom Nächsten. No tenemos que codiciar las cosas de nuestro prójimo. Sondern das einzige Begehren oder Verlangen, das wir haben sollen, ist, Gott zu lieben. Lo único que tenemos que desear, anhelar, es de amar a Dios. Ihn anzubeten. Adorarle a Él. Über ihn nachzudenken. Pensar en Él. Ihn sollen wir nachreifen. Y tratar de ser igual como Él. Und den Nächsten sollen wir das Gute, was wir von ihm bekommen haben, weitergeben. Y dar a nuestro prójimo todo lo que hemos recibido, lo bueno que hemos recibido de Dios. Und wenn wir uns vom Positiven abwenden auf das Negative, dann hat es verheerende Konsequenzen. Pero si dejamos las cosas positivas que nos dio y nos enfocamos en lo negativo, van a tener Secuencias muy malas. Wenn wir etwas begehren, was nicht uns gehört. Cuando empezamos a codiciar algo que no nos pertenece. Dann sagen wir mit anderen Worten zu uns, hey Gott, du hast es nicht gut mit mir gemeint. In otras palabras, decimos, Dios, tú no me has dado lo mejor a mí. Aber ich habe ein Verständnis in meinem Herz, in dem ich habe einen guten Gott. Pero yo sé muy bien que yo tengo un Dios bueno. Und er hat nur gute Gabe für mein Leben. Y él tiene buenos dones, dadivas, para mi vida. Ich bekomme nicht alles, was ich will. Yo no recibo todo lo que quiero. Aber ich bekomme alles, was ich brauche. Pero recibo todo lo que necesito. Und schau, in der Bibel kommt das immer wieder vor, wie Menschen falsch begehrt haben. Y en la Biblia nos muestras cuántas veces personas que codiciaban cosas erróneas. Und es hat verheerende Konsequenzen gehabt. Y vimos las Konsequencias gravísimas en sus vidas. Bevor Eva von der verbotenen Frucht as, begehrte sie diese. Antes que Eva coma ese fruto, ella codició ese fruto. Und wir sehen, was draus geschehen ist. Y vimos cuáles fueron las Konsequencias. Die ganze Menschheit wurde getrennt wegen dieser Frucht, die diese Eva begehrt hatte. Todo el mundo fue alejado de Dios por esa fruta que Eva comió. Bevor Achan zum Dibur begehrt er den kostbaren Mantel, das Silber und das Gold. Antes que Achan pecase, él codició ese barro de oro de oro y esa capa. Und das war eine verheerende Sache, weil da haben das Volk Gottes Niederlage erlebt wegen diesem falschen Begehren. Y vemos las consecuencias muy graves que todo el pueblo de Israel sufrió en la derrota porque él codició algo que no le pertenecía. Und bevor David zum Mörder und Ehebrecher wurde, begehrt er die Frau, die er nackt auf dem Balkon sah. Und war so verheerend, was David da angestellt hatte. Der Mann nach dem Herzen Gottes wurde zum Mörder. Wurde zum Ehebrecher. Und dieser Ehebruch, der hat so verheerende Konsequenzen für einen anderen Mann. Der andere Mann wurde vom Feld runter geholt, sich nach Hause. Und er hat bestanden, er ist nicht zur Frau hoch gegangen, sondern zeltete vor dem Zimmer zu Hause. Und als David sah, wie stark er ist, hat er gemerkt, wow, der ist ein Überwinder, der ist nicht jemand, der sich verführen lässt, sondern der lässt sich führen von Gott oder sogar von ihm als König. Er notó Er hat 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 er zurück geschickt zum Feld Hauptmann mit mit einem Brief, der ihm das Todesurteil weitergibt. Und wir sehen hier, Neid ist ein Beziehungskiller. Es ist etwas, was man unbedingt haben will, aber man ist sich nicht bewusst, was alles daraus zerstört wird. Und da möchte ich dich heute Abend ermutigen. Schau, Gott ist der gute Gott, der dich von ganzem Herzen liebt. Und lernen wir von Jakobus 1, 14 und 15. Da steht drin. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es so seine eigene Begierde, die ihn reizt und ihn in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und bei all diesen drei Beispielen sehen wir, es ist verheerende Niederlage geschehen, weil Menschen sich vom Falschen verführen lassen. Und bei einem war es die Beziehung zu Gott. Und bei den anderen die Beziehung zum Nächsten. Und bei den anderen die Beziehung zum Nächsten. Und Gott möchte, dass genau das funktioniert, dass meine Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten funktioniert. Und wenn das in unserem Leben, herausfließt. Und dass dein Amor fließt. Dann sind wir ein Segen. Dann sind wir ein Segen. Der zweite Punkt ist Neid, ein Spiegel unseres Herzens. Der zweite Punkt ist, die Envidia ist ein Espech von unserem Herzen. Wenn wir in 2. Mose weiterlesen, dann heißt es drin, du sollst nicht begehren Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, was dein Nächster hat. Alles von diesen Bereichen sind Eigenschaften, die uns manchmal Schwierigkeiten in unserem Leben bescheren. Das Bild von Haus und Feld zeichnet den Lebensraum, wo wir drin leben, auf. Es geht um ein Grundstück oder um ein Haus, das mir gehört. Und sehr oft werden wir neidisch, weil jemand ein Haus hat oder eine schöne Wohnung oder etwas Wertvolles oder viel Land oder Besitz. Oh, ich wohne nur in einer zweieinhalbzimmerwohnung. Und jetzt ist noch Corona-Zeit. Mein Nachbar hat ein so großes Haus und hat einen Spielplatz und einen Garten. Und ich leide jetzt da in meiner zweieinhalbzimmerwohnung. Zu fünft. Und so schnell bin ich innerlich neidisch auf meinen Nächsten. Weil er etwas hat, was ich auch selbst gerne begehren würde. Etwas begehren, was ich auch selber haben möchte. Der zweite Punkt sind die Beziehung, Mann und Frau. Wir sollen nicht Mann und Frau begehren. Wer hat sich schon eine andere Frau gewünscht? Du hast Konflikte zu Hause und dann denkst du, ah, die Frau da sieht besser aus, also ich wäre lieber mit der zusammen. Als Mann denkst du vielleicht, ja, mit der hätte ich vielleicht auch mehr Sex. Und als Frau denke ich, das ist viel ein besserer Zuhörer. Und schon begehr ich etwas, was mir nicht gehört. Und dann beginnst du zu kodisieren, was dir nicht schau, egal mit welcher Person du zusammen bist. Mit der Person, die du zusammen bist. Die Beziehung hat immer etwas mit dem zu tun, dass wir aneinander arbeiten müssen. Die Relation hat etwas zu verhören, das bedeutet, dass wir in dieser Relation Gott hat uns eine gute Frau oder einen guten Mann geschenkt. wo wir es lernen müssen, miteinander zu arbeiten. Und in den Spannungen müssen wir lernen, damit umgehen. Und lernen, uns wieder jeden Tag neu zu erfreuen. Es wird nicht einfacher mit jemand anderem. Auch wenn du mit dieser Person länger zusammen bist, kommen wieder die gleichen Muster, die gleichen Aufgaben, die gleichen Herausforderungen. Liebe hat etwas mit dem zu tun, dass ich bereit bin, den Nächsten mich hinzugeben. Der nächste Punkt ist die Stellung, Knecht und Magd. Wer würde nicht gern der eigene Chef sein? Der nächste Punkt ist die Position, servienta und kriada. Wer nicht will sein Chef? Aber wir sehen gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit, wie es herausfordernd ist, ein Chef zu sein. Und wir sehen in diesem Zeitpunkt wie schwierig es sein Chef mit all diesen Tensionen die wir vivieren. Ja, er mag mehr verdienen als ich oder er kann mehr scheinen oder besser dastehen als ich. Obviamente, er gantet viel mehr als du, aber er hat auch größere Responsabilität. Aber vergesse nicht, er trägt auch Verantwortung. Er hat größere Responsabilität. Und gerade in der heutigen Zeit ist es herausfordernd. mir hat jemand diese Woche gesagt, ich musste all meinen Mitarbeitern künden. Und das sind Menschenbeziehungen, die die schon lange kennen. Und das sind Menschenbeziehungen, die die schon lange kennen. Aber er hat die Verantwortung wahrgenommen. Und es ist nicht einfach. Verantwortung zu übernehmen ist nicht einfach. Und manchmal bist du froh, hast du einen sicheren Arbeitsplatz und du bekommst einen sicheren Lohn und du musst nicht die Entscheidung treffen wie der Chef. Und wie viele Stunden bist du froh, dass du ein Arbeitsplatz hast, wo du keine Probleme hast, wo du diese schwierige Entscheidungen hast und du kannst dich erfreuen, dass du auch ein Verhältnis fisch hast. Der vierte Punkt ist Besitz, Rind und Esel. Ja, wir sind ja heute nicht mehr Bauern, die meisten von uns. Aber wir haben auch Besitz wie ein Ferrari mit einem schwarzen Pferd, oder? Vorne dran ist auch nicht ein Esel, aber ein Pferd. Aber wir haben auch einen Ferrari mit einem Fahrrad zu Hause. Und ich habe vielleicht nur einen Smart zu Hause und mein Nachbar hat einen Ferrari und schon bin ich neidisch auf ihn. Neidisch ist immer auch etwas, was dem Nächsten den Besitz wegnehmen möchte. Ich will das, was du hast. Envidia bedeutet, es will auszutauschen, was der Freundin hat. Und neidisch ist eine Herausforderung, gerade bei diesen Punkten. Und die Envidia ist wirklich ein Herausforderung in diesen Punkten. Und am Schluss kommt persönlich oder die Sache, die Gott mir gegeben hat. Vielleicht bin ich ein wahnsinnig guter Sänger oder Gitarrist. Eher nicht, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel. Und der letzte Punkt ist die Personalität. Es geht um Talenten und Habilitäten. Vielleicht bin ich ein guter Mein Freund ist ein guter oder ein Musiker und ich bin das nicht. Ich würde gerne auf der Bühne stehen und miteinander Worship machen. Ich würde gerne auf der Bühne stehen und mit den anderen Worship machen. Wenn ich Worship habe, haben die Leute gerade Sehnsucht, in den Himmel zu gehen. Aber wenn ich Worship habe, die Leute haben den Willen, zu gehen zu den Himmel. Weil meine Töne lösen in dir etwas komisches aus. Weil meine Tonalitäten influenzieren in dir etwas raro. Aber Gott möchte, dass du mit deiner Persönlichkeit die Person bist, die Gott zusammengestellt hat. Aber Gott möchte, dass du mit dieser Personalität die Gott dir hat, das Gebet hat, das Gebet hat. Und schau, wenn Neid in deinem Leben drin ist und einer von diesen Punkten in deinem Leben drin ist, dann hat das immer Konsequenzen auch mit deinem Handeln. Vielleicht ist dein grösstes Problem, dass du den Besitz des Nächsten begehrst. Und wie gehe ich dann damit um? Mache ich ihn schlecht? Oder drücke ich ihn runter? A pressionarlo? Ich sage, hey, wow, ja, weisst du, der hat diesen Besitz, aber der hat ihn sicher falsch erworben. Seguro que de alguna forma lo robó de algún lado, lo adquirió de alguna forma de alguna forma de una forma ilegal? Oder du machst ihn, du übertrumpfst, du wirst immer noch besser dastehen, noch das Bessere, das Neue, all diese Dinge? Oder du willst überpassern und zeigen, dass du etwas besser hast als das, was dein Freundes hat. Oder ganz schlimm wäre es, wenn du so neidisch bist, dass du etwas zerstörst und immer ganz schlecht machst. Oder ganz schlimm wäre es, dass du trattest, zu destruieren, was er hat, damit, dass das, was du hast, besser ist. Sprüche 14, 30, sagt, Ein zufriedenes Herz belebt den Körper, aber Eifersucht ist wie Feuernis in den Knochen. El corazón apacible vivifica el cuerpo, pero la envidia es carcoma en los huesos. Es ist etwas Schlechtes, wenn Neid dein Leben bestimmt. Es algo malo, cuando la envidia gobierna en tu vida. Aber weißt du, am meisten leidest du, wenn du neidisch auf andere bist. Und Gott möchte dir dabei helfen. Wenn du in deinem Herzen drin merkst, wow, da ist Neid, der zerstört mich, der macht immer auch die Beziehungen kaputt. Dann möchte ich dir jetzt einen besseren Weg zeigen. Neid muss überwunden werden. Und in Römer 12, Vers 21 steht, Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. In Romanos dice, No dejes que el mal te venza, sino que vence al mal con el bien. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Wie kann ich das Ganze überwinden? Der erste Punkt ist mit Dankbarkeit. Der erste Punkt ist mit Gratitud. In 1. Thessalonicher 5, 18 steht, Danke Gott in jeder Lage. Das ist, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. In 1. Thessalonicher 5, 18 dice, Seid dankbar. Seid agradecido. Das ist der Wille Gottes. Esa ist la Voluntad de Dios. Der Wille Gottes ist einfach. La Voluntad de Dios ist simple. Ein dankbares Herz. Un corazón agradecido. Für das Gute, was Gott dir geschenkt hat. Für lo bueno que Dios te ha regalado. Du hast vielleicht nicht der beste Lohn, aber du hast einen Lohn. Quizás no tengas den mejor Sueldo, pero du tienes einen Sueldo. Du hast vielleicht nicht das schönste Haus, aber du hast eine Wohnung. No tienes quizás la mejor casa, pero tienes una vivienda. Du hast vielleicht nicht den besten Wein im Schrank. No tienes quizás el mejor vino in tu casa. Aber sei dankbar, dass du den Wasserhahn aufdrehen kannst und immer frisches Wasser hast. Wir können in unseren Ländern so privilegiert sein, wie Gott gut ist zu uns. Gott hat uns so viel anvertraut, so viel Gutes. Der zweite Punkt ist zufrieden sein, genügsam. Paulus sagt in Philippen 4, 11 bis 13 etwas ganz Interessantes. Ich sage das nicht etwa wegen den Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiss, was es heisst, sich einzuschränken zu müssen und ich weiss, wie es ist, wenn alles im Überfluss zu verfügung steht. Ich bin meinem Gott so von ganzem Herz und dankbar. dass wir in der Bibel Vorbilder haben, die gelernt haben, viel zu leben und mit wenig zu leben, und das ist das große Spannungsfeld in unserem eigenen Leben. Wir haben immer gern mehr, aber Gott hat uns genug gegeben, aber Gott hat genug haben. Und wenn wir den Gürtel länger schnallen müssen, dürfen wir nicht vergessen, er hat uns trotzdem noch gerne. Und er bleibt immer noch derselbe Versorger. ob ich wenig habe oder viel, er versorgt. Er ist der Versorger. Und ich muss nicht neidisch sein auf das Nächste, sondern ich darf dankbar sein, dass Gott mich versorgt. Und das ist schön. Die meisten von uns jammern auf einem hohen Niveau. Aber Gott ist der gute Gott, der dir so viel Gutes gegeben hat. Und diese Haltung führt uns dazu, dass wir eben den Nächsten lieben können. Wir lieben den Nächsten, wenn wir dankbar sind und zufrieden sind. Und diese Dankbarkeit und diese Zufriedenheit kommt in unser Leben hinein wenn Jesus Christus die Mitte unseres Lebens ist. Und ich möchte dich auffordern und sagen, nimm Jesus in die Mitte deines Lebens. Und dieser große Jesus wird dir den Vater und den Geist offenbaren und dieser gute Vater wird in deinem Leben der treue Versorger. Ich kann dir nicht versprechen, dass er dir alle Wünsche erfüllt. Aber ich kann dir versprechen, dass er dir das gibt, was du brauchst zum Leben. Und er gibt dir Leben im Überfluss hier auf Erden und er gibt dir ewiges Leben. Und dieses ewige Leben kannst du annehmen, wenn du Jesus Christus in die Mitte deines Lebens setzt. Und wenn du das heute Morgen machen möchtest oder heute Abend machen möchtest, dann geh auf die Knie und sage Jesus werde mein König von meinem Leben. Ich sehe in meinem Herzen kommt nicht die Dankbarkeit und die Zufriedenheit nach vorn. Aber in meinem Herzen kommt Kroll oder Neid oder solche Dinge vor. Und ich möchte dir das jetzt ablegen. Ich möchte jetzt noch kurz beten und sagen am Anfang war der Neid. Aber mit Jesus Christus ist die Chance den Nächsten zu lieben. Jesus ich danke dir. Du liebst jeden Menschen bedingungslos mit hast einen großen Traum über jedem Leben du liebst jeden von ganzem Herzen und du wünschst dir nichts mehr dass du der Chef sein darfst von meinem Leben und ich gebe dir mein Leben und sage danke viel mal dass du in mein Leben gekommen bist und dass du mir das Beste geschenkt hast Leben in Fülle und dieses Leben in Fülle hat mit der Beziehung und Freundschaft zu dir zu tun Ich lernte dich als Versorger als Freund und als Fürsprecher kennen Danke vielmals Danke Ganz herzlichen Dank Patrick Es ist fantastisch mit dir unterwegs sein zu dürfen Ich möchte euch alle ganz herzlich jetzt schon wieder einladen auch nächsten Sonntag wieder dabei zu sein Wir werden wieder einen spannenden Online-Gottesdienst haben Und wir werden mit einer neuen Serie starten zum Thema Liebe deinen Nächsten Ich wünsche euch eine ganz gesegnete Woche Que Deus abenzöhe und eine feliz und abenzuada Semana